Ich freue mich heute beim fünften Heimspiel in Leverkusen. Athleten aus 16 Nationen begrüßen dürfen und hoffe natürlich, dass viele Paralympics-Normen hier fallen. Otto Bock sponsert das Paralleist Athletic Heimspiel schon seit vielen Jahren und wir freuen uns heute auf ein ganz tolles Starterfeld und eine ganz tolle Veranstaltung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und als Parasportler mitmachen zu dürfen. Ich trainiere in den Disziplinen 100-Meter-Springen und Weitsprung. Wir haben hier heute sehr gute Bedingungen. Es ist einer der letzten Wettkämpfe vor den Paralympischen Spielen in Paris. Guter Rückenwind, dass heute schon einige Bestleistungen hier springen und laufen konnten, was natürlich für Paris ein gutes Standing ist und dann Freude auf die Olympischen und Paralympischen Spiele macht. Bis zum nächsten Mal.